So, dann sind wir auch wieder zurück bei Minecraft. Zunächst einmal Entschuldigung, dass ich die letzten Tage nicht jeden Tag eine Folge rausbringen konnte, beziehungsweise überhaupt keine Folge rausbringen konnte. Ich hatte leider echt das eine oder andere Problem mit zum einen dem neuen YouTube-Layout, wo es einige Probleme bei Thumbnails und beim Hochladen und alles mögliche, ob er lang gegeben hat. Und zum anderen bin ich, wie ich glaube ich auch neulich gerade schon mal gesagt hatte, mitten in der Klausurphase wirklich drin. Das Eisenschwert brauche ich eigentlich nicht dort, wo ich jetzt hingehen werde. Und zwar in den Nether geht es für uns dieses Mal. Und daher hatte ich bisher einfach die Zeit noch nicht wieder gefunden. Jetzt wird erstmal ein bisschen so wieder aufgenommen. Und zwar dieses Mal erstmal alleine, das gehört da nicht mit rein. Und zwar, wie ich gerade schon gesagt habe, geht es in den Nether. Und ab dem nächsten, übernächsten Mal, also ab der nächsten Aufnahme dann, nicht ab der nächsten Folge, wird es dann auch... Moment, ich baue mal gerade diese Farm noch zu Ende. Da waren wir ja letztes Mal eigentlich noch gerade so stehen geblieben. Vielleicht einfach mit einem Hebel. Ich denke ein Hebel wird das Beste sein, ja. Und ja, wie gesagt, nächstes Mal dann wieder mit der Community, mit euch, wenn ihr dabei sein wollt. Und dieses Mal werden wir uns erstmal in den Nether begeben, sobald ich hier gerade noch diese Farm kurz zu Ende gebaut habe. Die ist ja an sich soweit schon funktionstüchtig und alles. Hier haben wir auch schon mal, das rechts müssten Karotten sein, da Kartoffeln. Die sehen auch schon reif aus, das ist ja schon mal super. Und wir waren ja eigentlich gerade dabei stehen geblieben, hier das Kabel so hinterherlaufen zu lassen. Verflucht. Jetzt fehlt uns wahrscheinlich ein Repeater, ne? Da habe ich jetzt hier keinen weiteren, da wird das Signal nicht ausreichend weit gehen. Ah, naja. So, dann würde ich... Achso, einen Button habe ich hier vorne hingemacht. Zum Wasser an und aus machen. Ne, der Button macht das Wasser nur kurz an. Das Wasser muss im Grunde genommen länger anbleiben. Damit das hier alles runter fließt. Daher mache ich jetzt mal besser einen Hebel hin. Und dann kann das Signal doch eigentlich... Boah, diese Schaufel. Meine Güte. Ach nein, das ist die Schaufel von letztem Mal. Was ein Wunder. Ja, auf jeden Fall müsste das hier dann ja eigentlich so hier mal weg können. Und wenn ich jetzt hier das Kabel herlege, aktiviert er das dann? Ja, das aktiviert er dann. Das ist gut. Weil ich dann nämlich hier das so machen kann. Und trotzdem wird es eben da hinten noch aktiviert. Und dann lasse ich das hier jetzt einfach mal irgendwie ein Hochlaufen. Ist ja eigentlich ganz egal, oder? Na gut, dann läuft das Kabel hier drauf weiter. Ne, so richtig toll ist das nicht. Dann lieber erstmal noch weiter hier unten entlang. Und ab hier kann es dann im Grunde genommen einen Block... Ja, tiefer wollte ich gerade sagen. Höher gehen. Genau, dann geht es ab hier ein höher. Und dann kann hier eben einfach wieder Erde drüber gepackt werden. Und zack, schon sieht es wieder schön aus. Mehr oder weniger. Und hier kann dann nachher eben auch der eine Erdblock einfach dran langen. So, jetzt reicht das Signal aber leider nicht bis... Ach, da darf natürlich keiner hin. Sondern der muss dann auch schon da hin. So. Ach, jetzt kommen wir hier nicht hoch. Äh, so. Ich habe übrigens mal die Far Cry 3 Musik reingemacht. Die ist ja nun auch wirklich sehr geil. Ähm, wenn ihr sonst noch so Ideen habt, was noch so gespielt werden könnte, auch ruhig einfach mal in die Comments schmeißen. Ansonsten werde ich das einfach weiter so handhaben, dass ich mir dann irgendwas aussuche und das einfach mal anmache. Und dann haben wir halt immer ein bisschen mehr Variationen da drin, als wenn man jetzt nur 50 Lieder hat oder so, die immer wieder hintereinander kommen. Das finde ich ist schon ganz in Ordnung so. Okay, Erde nehmen wir uns mal gerade noch ein bisschen zusätzlich mit, damit wir das noch ein bisschen schöner kriegen. Die Truhe geht nicht auf. Habe ich ein Disconnect gerade? Oder warum geht die Truhe nicht auf? Ich weiß es nicht. Warum geht es denn jetzt schon wieder nicht? Ich spiele ja jetzt auch hier, wenn ich gerade alleine spiele, über den Server. Von daher habe ich wahrscheinlich gerade ein Disconnect. Bis gleich. Ja, das war wirklich nur ein Disconnect. Ich hoffe, dass jetzt da auch keine weiteren hinterher folgen werden. Das wäre doch relativ unangenehm. Ach ja, jedes Mal erst wieder hier. Schön alt drücken, sonst funktioniert es nicht. Okay, also einen Repeater brauchen wir. Oder nehmen wir vielleicht zur Sicherheit gleich mal zwei mit, auch wenn das wahrscheinlich nicht nötig ist. Die Seeds können weg, die Steine können weg. Und dann wollte ich Erde ganz gerne noch ein bisschen was mitnehmen, genau. Und dann können noch die Hebel weg. Und wenn wir den Scheiß da gleich angebracht haben, dann können wir auch endlich in Nether. Jetzt ist ja doch schon wieder fast fünf Minuten rum, wenn ich gleich fertig bin. Ach ja. So zieht sich das immer mit der Zeit. Aber meine Güte, wir haben ja eigentlich alle Zeit der Welt. Ich mache mir ja manchmal ein bisschen Hektik. Stand mittlerweile doch auch tatsächlich in den Comments von zum Beispiel Far Cry, dass ich vielleicht nicht immer ganz mich so übereilen soll. Und das sehe ich natürlich auch ein. Nur, es ist natürlich zum Beispiel gerade durch diesen Prototype 2 Erweiterungsmodus da. Oh, das müsste sogar reichen, wenn ich jetzt hier einen hin mache, ne? Ah, guck's dir mal an. Aber jetzt läuft das natürlich da noch so ein bisschen falsch. Also Überarbeitungsbedarf ist auf jeden Fall noch da. Aber an sich funktioniert es jetzt schon mal. Und das ist doch auch schon mal was wert. Oh, jetzt habe ich das da kaputt gemacht. Ähm. Gut. Dann müssten hier im Grunde genommen irgendwie Slaps drauf oder Seerosen oder was weiß ich was. Das mache ich nicht jetzt. Jetzt wollte ich mich erstmal nur ums Redstone-Zeug kümmern. Und das läuft soweit. Ich werde... Geht's jetzt nicht aus? Oder was? Achso, doch. Also. An. Aus. Warum auch immer ich gerade immer zweimal drücken muss. Ach, wahrscheinlich... Ach, weiß ich auch nicht. Egal. Auf jeden Fall. Das nachher noch schön ordentlich zu machen mit Slaps oder vielleicht sogar Seerosen oder so. Das machen wir dann etwas spontaner. Wobei Seerosen sind, glaube ich, nicht so gut. Weil da dann ja auch durchaus die Sachen drauf fallen können. Das ist eigentlich ja nicht das Ziel. Sondern es soll ja schon wirklich weggetragen werden. Nun gut. Ganz egal. War da Redstone drin? Warum ist hier Redstone drin? War vielleicht sogar ich selber. Keine Ahnung. Das kommt auf jeden Fall weg. Genauso wie das hier wegkommt. Wir genehmigen uns ein Feuerzeug. Falls irgendwer das Portal ausschießen sollte. Aber das haben wir eigentlich schon ganz gut abgesichert. Brot, Fackeln, alle möglichen Schwerter und Werkzeuge und so. Das müsste okay sein. Und natürlich eigentlich noch haufenweise Steine. Damit wir da... Und eigentlich auch Steinslaps noch. Damit wir... Haben wir hier noch Steinslaps drin? Oh mein Gott, wer hat das denn sortiert? Einfach so. Genau. Haben wir nämlich auch noch ein paar. Damit wir da unser Konstrukt mal ein bisschen weitergebaut bekommen im Nether. Ich habe mir jetzt, wie es ja auch offensichtlich ist, erstmal überlegt, alleine in den Nether zu gehen. Diesmal noch. Werde allerdings auf Dauer dann doch vielleicht mal riskieren, in Anführungsstrichen, zusammen mit euch, mit der Community in den Nether zu gehen. Riskieren ganz einfach aus dem Grunde, weil ich ja nach wie vor immer die Befürchtung habe, dass hier und da vielleicht doch einmal einer trollt. Bisher hatte ich ja zum Glück, also ich hatte das Glück, dass es bisher noch nicht so war. Aber naja, die Befürchtung ist und bleibt natürlich... Ich hoffe, dass es einigermaßen nachvollziehbar und nicht, dass ihr mich da jetzt als sonst was rausstellt. Das ist total unverständlich, unmenschlich, was weiß ich was. Komisches, Blödes. Naja. So, auf jeden Fall haben wir schon mal die Steine, das hier gerade weiterzuziehen. Hier war ja, glaube ich, so weit in der Richtung nichts, sondern es müsste eigentlich so nach hier hauptsächlich ja weitergegangen sein. Was da allerdings genau ist, weiß ich auch nicht mehr. Also eine Festung hatten wir ja, meiner Erinnerung nach, noch nicht gefunden. Aber mir fällt auch gerade auf, oder irre ich mich jetzt, dass das hier nicht das neueste Save-Game ist vom Nether. Hatten wir hier nicht schon mal mehr gebaut, oder war das Einbildung? Wie ist das Einbildung? Ich weiß es gerade gar nicht. Also es kann gut sein, dadurch, dass ich ja irgendwann von Singleplayer auf Server umgestiegen bin, dass es dann nicht passend gespeichert hat. Das kann durchaus sein, aber wir hatten uns hier doch auch garantiert irgendwie so einen Weg hoch oder runter oder so gemacht. Ja, genau wissen tue ich es auch nicht. Wichtig ist eigentlich nur, dass uns hier keine Viecher drauf spauen. Ich ziehe hier erstmal so eine Markierungswand entlang. Ich will auf jeden Fall wissen, dass wir hier in die Richtung weiter wollen. Und jetzt bräuchte ich eigentlich erstmal ein bisschen Nether-Rack. Da hatten wir ja auch angefangen, hier um die Ecke direkt was wegzufarmen. Da nehme ich auch mal gerade noch ein bisschen weiter weg. Denn, oh, ich bin gerade erschreckt, meine Güte. Oh, jetzt geht aber Agro. Ich hoffe, dass da nicht so viele hinterher kommen. Also hier ist schon mal nichts. Ich höre allerdings noch ein paar. Ei, 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 ei. Erstmal eine Fackel hier irgendwo an die Wände. Ein bisschen Licht kriegen. Nun gut, auf jeden Fall. Oh, jetzt haben wir nichts, womit das so richtig schön schnell geht. Also es geht zwar schon relativ schnell, aber naja, so mit Effizienz 3 wäre das jetzt schon cooler. Nun gut, so. Wir rammen das Zeug hier einmal weg, damit wir uns gleich die Treppe da unten hin machen können. Und mit der Treppe wiederum dann vielleicht doch noch eine Festung hier finden oder ähnliches. Im Together haben wir ja auch schon eine Festung gefunden. Das ist sogar ziemlich, ziemlich flott eigentlich. Haben es aber bisher auch noch nicht geschafft, da groß was mit anzufangen. Das mag sich natürlich auch noch ändern. Da muss ich mal gucken. Und ich werde natürlich auch, ich sehe die Frage ja schon mehr oder weniger kommen, es irgendwie versuchen jetzt erstmal zwei Folgen täglich wieder von Minecraft zu machen. Weil ich jetzt ja, ich glaube, zwei Tage hintereinander gar keine Folge rausbringen konnte, leider. Mal gucken, wie gut das so klappt bezüglich des Internets, bla bla, ihr kennt die Geschichte. Und dass es sich erst so in ungefähr weiteren 250 Folgen bessern wird. Aber ab dann kann ich auch endlich livestreamen und was nicht alles und alles mögliche. Und dann wird es richtig toll. Naja, so lange musste ich mich erstmal noch so irgendwie damit abfinden. Und mal gucken, wie lange Minecraft denn überhaupt noch so der Dauerbrenner wird. Man merkt ja so langsam schon eine Rezession, wenn man das denn so nennen will. Wenn man das bei Games überhaupt so nennen mag. Ähm, aber ich denke, Minecraft ist und bleibt einfach ein cooles Spiel. Und da wir hier jetzt auch noch nicht so unmenschlich viel geschafft haben, ist das auf jeden Fall auch eine Sache, die ich erstmal so beibehalten werde und weitermachen werde. Ganz egal, wie viele hier zugucken, ist doch völlig wurscht. So, immer diese Leute, die dann sagen, oh, so viel mehr Zuschauer verdient. Da bin ich natürlich, freue ich mich immer, wenn das Leute so sehen. Aber mein Gott, ich spiele, weil ich die Spiele cool finde und weil sie mir Spaß machen. Das ist doch wohl Grund genug. Sollte man meinen. So, auf jeden Fall kommen hier jetzt erstmal so die Dinger hin und mache ich mir erstmal einen Querweg. Ich glaube, ich mache mir hier erstmal so einen Querweg. Einfach nur, damit wir hier immer schnell herkommen. Mehr oder minder schnell natürlich nur. Auch hier kennt ihr das Spielchen. Irgendwann wird das natürlich mal fertig gemacht. Irgendwann halt. Gut, so, was wir auf jeden Fall mal brauchen eigentlich, sind natürlich Netherwarzen oder wie wir eben Together auch zu sagen pflegen, Netherwarzen. Und, hoppala, warum leckt das denn jetzt so? Na, 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 na. Oh, schon wieder, meine Güte. Lädt er hier irgendwas, was er nicht geladen kriegt oder? Keine Ahnung. Also, Soul Sand haben wir schon mal da, auf dem wir das ja nachher pflanzen. Boah, was ein Lavasee. Äh, pflanzen könnten oder müssten oder wie auch immer. Glowstone ist da auch zum Beispiel. Da ist auch ganz viel. Aber das ist nicht unser Problem, sondern wir müssen eigentlich eine, oder müssen in Anführungsstrichen eine Netherfestung finden. Und ganz einfach aus dem Grunde, dass ich es mittlerweile doch durchaus geschafft habe, die Wegpunkte aus älteren Versionen zu übernehmen. Endlich weiß ich, wie es geht. Werde ich mir mal gerade hier einen hinsetzen. Äh, das ist die Karte, die will ich nicht, sondern ich will einen Wegpunkt und zwar einen neuen Wegpunkt, den ich jetzt einfach mal Brücke nenne. Und das ist hier halt meine Brücke im Nether und den kann ich jetzt immer sehen und weiß auch, wenn ich da hinten dann irgendwo bin zum Beispiel, wo ich denn dann hin muss zum Zurückkommen. Okay, so, dann wollen wir mal versuchen, hier irgendwie was zu finden. Ich weck mich mal da vorne hochbauen, greife nämlich noch an. Nein, ne, okay. In der Hoffnung, dass wir da mal was Chilliges finden. Hey, das Lied kommt mir sogar bekannt vor. Falling into a Dream heißt es. Oh, ich dachte gerade schon, der greift mich an. Ähm, ist wie gesagt alles aus Far Cry 3. Mega geiles Spiel. Let's play ich ja auch. Unbedingt mal reinschalten, wenn ihr das noch nicht getan habt. Es ist absolut geil. Das ist schon, also es ist schon, man kann schon sagen, dass ich eine Festung gefunden habe. Geil! Ich hab eine Festung gefunden. Yeah! Nice, 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 nice. Man kann schon sagen, also es ist nicht umsonst Best Game 2012. Da gibt's natürlich immer viele verschiedene Tests und Magazine und was nicht alles. Und dann hat man letztlich zehn verschiedene Best Games of 2012. Äh, oder Best Shooter oder Best RPG oder Best Survival Action Adventure, was weiß ich was. Aber es ist einfach ein geiles Spiel. Also, so, das ist jetzt hier mein, so, äh, meine Rückmeldung zu diesem Spiel. Ich hab's ja noch nicht durchgespielt. Das Let's Play läuft ja noch und ist ja auch eigentlich noch ziemlich jung. Meine Güte, diese Lecks zwischendurch. Hm. Aber es ist soweit, wie ich bin, schon mal wirklich mega geil. Und warum leckt es so mega fucking super ass? Das ist ja nicht auszuhalten. So, wir hauen mal das Zeug hier gerade weg. Da kann man auch nie genug von kriegen. Gerade wenn wir dann in unserem Herrenhaus, wie ich's eigentlich ja zu nennen pflegen möchte, anfangen dann großartig Kronenleuchter und sowas hinzumachen. Dann können wir da ja wirklich gar nicht genug von kriegen, von dem Glowstone. Aber erstmal muss ich gerade gucken, wie ich denn da zur Festung überhaupt hinkomme. Meine Güte. Also, wir sind auch so weit von der Brücke gar nicht entfernt. Ich würde sogar sagen, wir machen das ein bisschen anders. Wir gehen mal zurück zur Brücke und bauen die dann einfach mal hier komplett quer drüber oder sowas, um da zu Festungen zu kommen. Denn da wird ja garantiert auch so eine Art Spawner von irgendwas sein oder ähnliches. Ähm. Vielleicht sogar so ein Lohn-Spawner. Ich weiß nicht, was es hier noch alles an Spawnern gibt. Das ist gerade ehrlich gesagt sogar der einzige, der mir so wirklich in den Sinn kommt. Es gibt ja zig verschiedene. Aber wie viele davon wirklich im Nether auch sein können und so, da kenne ich mich ja gar nicht so sehr mit aus. Gut. Ja. Wie kommen wir hier zurück? Wie sind wir denn hochgekommen? Da vorne haben wir uns hochgebuddelt, ne? Kommen wir hier runter? Äh, ich futter mich mal gerade wieder voll, dass sich das Leben gleich zumindest auffüllt. Ich höre auch die ganze Zeit schon Gasts nebenbei. Sind die Soundeinstellungen eigentlich passend? Ja, ihr müsstet die auch hören. Autsch. Gut, also müssen wir eigentlich doch tatsächlich rüber da dann hin, nicht wahr? Hinter die Wand sozusagen. Oder irre ich mich jetzt gerade in der Himmelsrichtung? Oh mein Gott, da habe ich jetzt gar nicht nachgeguckt. Ach, verflucht. Also wir sind da hinten hochgegangen und sind eben von da gekommen. Oh mein Gott, jetzt muss ich gerade nochmal hoch. Tut mir leid. Nicht ordentlich orientiert. Boah, geile Far Cry Musik. Passt einfach perfekt in den Nether rein. Das ist ja auch mega geil. Also die Brücke ist da und ich meine, das müsste das Zeug da liegen, ne? Oder irre ich mich da gerade? Also die Festung liegt genau im Esten. Genau, ich lese das E auf der Karte und sage im Esten. Im Osten natürlich. In the East sozusagen. Also müssen wir von unserer Brücke aus eigentlich sogar, wenn wir hier jetzt sind, ziemlich straight nach Osten. Also wirklich vom Wegpunkt aus dann einfach eine Kurve oder sowas würde ich sagen. Oder vielleicht auch direkt von unserer Base aus sozusagen. Von unserer, von unserem Portal hier. Autsch. Das ist soweit ja schon mal sehr vielversprechend. Nice.